Hannahs Entscheidung Im Schatten der Appalachen von Kate Sunday Hannah Mulligan hat genug von ihrem brutalen Ehemann. Sie flieht zu ihrer Großmutter an den Ort ihrer Kindheit, landet aber stattdessen im beschaulichen Willow Creek. Dort lernt sie Tayanita, eine Cherokee-Indianerin, kennen, die ihr Unterschlupf anbietet. Als sie den Ex-Cop Sam Parker kennenlernt, gibt ihr sein ablehnendes Verhalten Rätsel auf. Was für ein Geheimnis hat er zu verbergen? Plötzlich passieren beunruhigende Dinge im Ort. Hannah braucht dringend Sams Hilfe, die er ihr nicht verwehrt. Es prickelt zwischen ihnen und sie kommen sich langsam näher. Die Situation spitzt sich zu, als auch noch Hannahs Ehemann Shane auftaucht, um sie zurückzuholen. Koste es, was es wolle. Hannahs Entscheidung im Schatten der Appalachen von Kate Sunday Ab Januar 2014 im Buchshaus Verlag als Taschenbuch und E-Book.